Hallo zusammen, ich bin Micha von Liqui Molli und das ist unser Geartronic 3, unser Gerät für den professionellen Automatikgetriebe-Öl-Service. Inzwischen haben wir über 60% der neu zugelassenen Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Ihr kennt das, nach einer gewissen Zeit gibt es beim Automatikgetriebe einfach gewisse Verschleißerscheinungen. Das sind zum Beispiel ruckelnde Gänge, Schaltstöße oder im schlimmsten Fall der Ausfall des ganzen Getriebes. Das hat in aller Regel nichts mit dem Defekt des Getriebes zu tun, sondern in zwei Dritteln aller Fälle mit verschlissenem Getriebeöl. Deshalb empfehlen inzwischen viele Fahrzeug- und Getriebehersteller den Wechsel des Getriebeöles zwischen 60.000 und 80.000 Kilometern. Ihr kennt den klassischen Fall, dass ich über die Ablassschraube das Getriebeöl ablassen kann. Das Problem besteht darin, dass ich niemals das komplette Öl aus dem Getriebe herausbekomme. Mit unserem Geartronic 3 kann ich einen Wechsel und eine Spülung gleichzeitig durchführen. Das bewirkt, dass ich zu nahezu 100% das alte Öl aus dem Getriebe entferne und gleichzeitig sämtliche Ablagerung und Schmutzpartikel heraus spüle. Und das bei rund 2000 Fahrzeugmodellen. Einer der großen Vorteile des Geartronic 3 liegt in diesem Touch-Display. Hier können wir einfach und bedienerfreundlich sämtliche Vorgänge steuern. Ich zeige euch das mal am Beispiel eines Audi A6, in dem ich das Modell, das dazugehörige Baujahr, die Motorisierung mit dem entsprechenden Motorkode auswähle. Und dann zeigt es mir ganz einfach sofort an, welches Getriebeöl ich benötige, welche Ölmenge ich benötige und kann über die jeweiligen Arbeitsanweisungen ganz einfach herausfinden, wo die Adapter am Getriebe angeschlossen werden müssen. Und das Ganze komplett ohne Papierkram, ohne etwas auszudrucken. Es kann nichts verloren gehen. Wir haben alles zentral hier im Gerät. Das macht das Arbeiten deutlich einfacher. Die Arbeitsanweisungen alleine reichen aber nicht aus. Inzwischen hat beinahe jeder Hersteller unterschiedliche Leitungen, wofür ich wieder die jeweiligen Adapter benötige. Hierzu haben wir von LiquiMolly die größtmögliche Auswahl an Adaptern, um nahezu alle Fahrzeuge an das Gerät anzuschließen. Eine weitere Arbeitserleichterung des Gerätes ist die WLAN-Fähigkeit. Hier könnt ihr die Dokumentation entweder per E-Mail versenden oder am Netzwerkdrucker ausdrucken. Zusätzlich bekommt ihr alle Updates kostenlos direkt auf das Gerät eingespielt. Meldet euch gerne bei uns, dann kommen wir direkt zu euch in die Werkstatt und zeigen euch kostenlos die ganzen Vorteile des Gerätes. Wir würden uns sehr freuen darüber. Bis dahin und macht's gut! Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns sehr freuen, wenn wir uns sehr freuen, Untertitelung des ZDF, 2020